Hallo, 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 hier ist wieder Showkeeper. Ist das lustig, ah! Was hast du denn geschmerzt? Mit Daily, deiner tagesloses Angeberwissen. Ich bin de Sashi und das ist de Marc. De Marc ist Mentalist und ich bin de Sashi. Und wir haben den 15. April. Und am 15. April, was ist da passiert? Ja, da hat Geburtstag Emma Watson. Machen wir Emma Watson hier? Emma Watson. Emma Watson da. Zacki, zacki. Was hat die gespielt beispielsweise? Achso, Harry Potter. Was hat die gespielt? Bist du Harry Potter? Alter, natürlich bin ich Harry Potter. Du bist Harry Potter, ich bin überhaupt kein Harry Potter. Ja, klar bin ich Harry Potter. Harald Töpfer heißt das ja auch im Deutschen. Harald Töpfer. Ja, genau. Und die hat, was hat die da gespielt? Die Hermine. Hermine Granger. Granger? Granger. Granger. Granger, hast du etwa Granger gesagt? Granger, ja. Da habe ich jetzt gerade so ein Déjà-vu. Ja, 1990 ist die geboren, am 15. April. Ja. Was war noch am 15. April? Etwas, was, und da müssen wir jetzt wirklich mal innehalten für einen Moment, unser aller Leben verändert hat. Auch unsere Form. Denn am 15. April 1955 wurden Stative für Kameras entwickelt. Nein, das stimmt natürlich nicht. Ja, warte mal. Wir richten ganz kurz das Stativ wieder aus. Das Stativ ist umgefallen. Warum ist das umgefallen? Ja, ihr seht, das ist alles live hier. Ja, genau. Ich halte es mal fest. Ich stelle es mal Stativ fest und ich erzähle mal ein bisschen weiter. 1955 wurde die Fastfood-Kette McDonalds gegründet. Hey, Applaus. Sascha kann gerade nicht klar. Applaus. Ja, genau, genau. Ja, und ich würde einfach mal sagen, jetzt halte ich mal das Stativ fest. Warte mal ganz kurz. Ich schalte mal kurz zum nächsten Bild. Ja, was ist das nächste Bild? Achso, ja, genau. Ein sinkendes Schiff. Die britische Passagierschiff. Ich halte fest, du kannst. Ist gesunken. 1912 ist die Titanic gesunken. Hier sieht man es, ne? 15. April ist es auch gewesen. Also Emma Watson, McDonalds ist erfunden worden und die Titanic ist gesunken. Ja. Das war Showgeber Noki Daily. Deine Tag ist so, dass es angehbar wissen. Mit einem kaputten Stativ. Kommt zum Ende. Macht ja nichts. Cheerio mit Sophie. Tschüss. 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 Vielen Dank.